Das Freizeitzentrum Berlin wird eröffnet. Sie werfen Ihre Tarifmarke hier ein und erhalten dafür eine Durchlaufmarke. Ich möchte mich beim Generalsekretär Genossen Honninger persönlich recht herzlich zu bedanken, weil ich die Gelegenheit hatte, an diesem Vorhaben mitzuwirken. Beim Verlassen des Bereiches werfen Sie Ihre Durchlaufmarke hier hinein und wenn Sie die Zeit nicht überschritten haben, gibt der Automat das Drehbrot frei.